Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genre-Mix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Frillern und Krimis liegt und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Auf Crashkurs. Hörspiel von Günter Abend. Regie Klaus Wilbicki. Regie Klaus Wilbicki. Das ist doch eine ganz politische, das ist doch ein Bauernfänger. Herr Funk, seit zwei Jahren ist Ihre Partei in Amt und Wirt. Was ist denn passiert? Ich kann doch nur die Jugendlichen bedauern. Darf ich einen Augenblick um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Wir gehen gleich auf Sendung. Wir senden live. Schalten Sie bitte Ihre Handys ab. Oh ja, danke. Fünf Sekunden noch. Talk im Funk. Die etwas andere Talkshow mit Carola Bäumler. Wende in der Drogenpolitik? Ich betone das Fragezeichen. Ob es dazu kommt, wollen wir in unserer heutigen Gesprächsrunde bei Talk im Funk klären. Meine Gäste. Max Vogler, Bundesinnenminister. Guten Abend. Er sagt, die Legalisierung steht zurzeit nicht auf der Tagesordnung. Andreas Imhof, Ex-Innenminister, heute innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Schönen guten Abend. Er hat seine Position in den Slogan gefasst. Legalisierung nie und nimmer. Schließlich Verena Krieger, Kriminologin an der Universität Hamburg. Genau. Sie sagt, und das schon seit langem, es gibt nur einen Ausweg aus der internationalen Drogenkrise. Die Legalisierung von Drogen. Ich bin Carola Bäumler. Herr Minister, Sie sagen, die Legalisierung von Drogen steht nicht auf der Tagesordnung. Also das Thema steht nach wie vor auf der Tagesordnung natürlich. Drittlich ist der Zeitpunkt. Das hat zu tun mit unseren internationalen Verpflichtungen. Sie spielen jetzt auf die Drogenkonventionen der Vereinten Nationen an. Nicht nur. Wir müssen unsere Politik auch innerhalb der Europäischen Union abstimmen. Glücklicherweise sind wir innerhalb der EU nicht isoliert mit unserer Position. Selbst Frankreich ist da ganz auf unserer Seite. Bevor wir zu den Details kommen, möchte ich Herrn Imhof Gelegenheit geben, sich zu äußern. Sie signalisieren Widerspruch. Also, ich glaube kein Wort von dem, was Herr Vogler hier sagt. Das steht Ihnen hier frei. Von wegen, nicht auf der Tagesordnung. Ich sagte gar nicht, steht auf der Tagesordnung. Ja, gestern sagen Sie dieses, heute jenes. Alles Augenwischerei. Ihre Regierung bereitet die Legalisierung heimlich, still und leise vor. Und Sie, Herr Kollege, sind die treibende Kraft. Wenn Färber mir den Job besorgt, bleibe ich in Berlin. Ich kann da auf Dauer nicht leben. Ich schon. Ich kann überall leben, wo ich den Schlüssel in der Hand habe und bestimmen kann. Und ich komme, von wann ich gehe. Berlin ist wie New York. Da brauchst du Power, sonst gehst du unter. Da hast du ausnahmsweise immer recht. Berlin ist was für Adrenalin-Junkies. Ach komm, drück drauf, Mann. Ich will ins Bett. Sag du mir nicht, wie schnell ich fahren soll. Ich will auch nach Hause. Aber ich will noch nicht von den Bullen angehalten werden. Deshalb musst du ja nicht gleich kriechen. Für den Transport bin ich verantwortlich. Vergiss das nicht. Ich und sonst niemand. Das ist ja gut. Beruhige dich. Ja? Ja, guten Abend, Herr Dr. Färber. Ja, wir sind auf der Autobahn. Kurz hinter Frankfurt. Wie lange brauchen wir noch? Etwas mehr als eine Stunde. Ohne Staub. Zwei Stunden, wenn alles gut geht. Wo? Auf Westradio 1? Moment, ich versuch's mal. Professor Krieger, Sie können doch auf diese Weise nicht argumentieren. Moment, ich... Der Suche für den Kontrollrat der Vereinten Nationen, auf den Sie sich ständig... Ich höre eine Frauenstimme. ...ist kein objektives Weltgericht. Eher eine Stabsabteilung des US-Außenministeriums. Da geht es um knallharte Interessepolitik. Sie, Herr Vogler, Sie unterschlagen, dass es auch in der EU Widerstand gibt gegen den Ratsbeschluss. Aber ja doch, dieser Widerstand wird auch noch zunehmen, das garantiert es Ihnen. Das ist doch der Imhoff. Wir, wir sind für Aufklärung und Prävention. Wir lassen sogar über die Inkriminalisierung des Drogenkonsums mit uns reden. Ja, aber die Legalisierung, was Sie vorhaben, die Legalisierung von Drogen, ist mit uns nicht zu machen. Aber Sie kennen ihn doch. Na, ich sag's ja, ihm fehlt ihm der Biss. Wie jetzt? Nein, nein, es geht in Ordnung. Bis später. Du fahr mich noch an der Villa Färber vorbei, du kannst dann Schluss machen. Ah, ja? Färber hört gerade diese Radiotalkshow. Er ist wütend auf Imhoff. Der sei ein Weichei. Wieso denn das? Der hält doch gut dagegen. Vogler ist ja nicht gewachsen. Da hat Färber schon recht. Das ist sicher kein Grund, so wütend zu sein. Färber ist eben ein Choleriker. Aber er hat schon recht. Man muss diesen Vogler mit seinen Legalisierungsplänen ernst nehmen. Bist du eigentlich nass oder trocken? Was war denn die Frage? Wo seid ihr? Nass. Ach. Bepp. Mach mal lauter. Heißt das, Sie wollen alle Drogen legalisieren? Ja, das heißt das. Aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei Cannabis geht es doch nur noch darum, den Umgang mit einer Droge, die praktisch frei verfügbar ist, zu regeln, Produkthaftung und Steuerabgabe eingeschlossen. Jetzt können Sie schon selbst sagen, dass Cannabis heute praktisch an jeder Straßenecke zu bekommen ist. Ja. Dann muss man auch sagen, dass Sie und Ihre Parteifreunde dafür verantwortlich sind. Also das ist da. Sie haben das Unrechtsbewusstsein von jungen Leuten systematisch aufgeholt. Meine Herren, meine Herren. Sie verraten ja. Meine Herren, bitte lassen Sie uns das nicht vertiefen. Zu Cannabis ist mir wirklich alles gesagt. Was ist mit Opiaten? Was ist mit synthetischen Drogen? Darum geht es doch. Sie, Herr Vogler, wollen Sie auch diese Drogen kriegen? Ob, 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 ob. Selbstsang es sich hier um gefährliche Stoffe handelt? Obwohl es sich um gefährliche Substanzen handelt. Das ist eine abenteuerliche Politik. Das muss man sich berufeln. Das muss man laut aussprechen. Abenteuerlich ist eine Politik. Stell den Scheiß ab. In der nächsten Raststätte fährst du runter. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich will nach Hause und du musst zu Färber. Ich muss telefonieren. Du hast doch dein Handy. Mann, tu einfach, was ich dir sage. Das Ende der Prohibition ist auch das Ende des organisierten Verbrechens. Jedenfalls, jedenfalls in diesem wichtigen Segment seiner illegalen Tätigkeit. Das glauben Sie. Ich bitte Sie, das ist keine Glaubensfrage, Herr Imhof, sondern eine ökonomische Gesetzmäßigkeit. Eben, wir sind als Politiker gewählt. Von uns werden politische Antworten erwartet auf das, was Frau Professor Krieger zu Recht eine internationale Drogenkrise nennt. Ja, und Ihre Antwort ist die falsche, Herr Kultus. Herr Kollege, ich kann mich da nur wiederholen. Davon wird es nicht besser, Herr Kollege. Herr Vogler, mit uns, nochmal ganz klar und deutlich gesagt, ist die Legalisierung nicht zu machen. Das weiß ich. Nie und nimmer. Wissen Sie, Herr Imhof, wenn Heroin an der Börse gehandelt würde, dann würde Ihre Garantie, dass alles so bleibt, wie es ist, sofort zu einem Kurs anstehen. Ach, also, jetzt hören Sie mal, das ist ja die reinste Polemik, was Sie da haben. Ja, die Polemik, Polemik, Herr Kollege, ist durchgefahren. Wir sehen nur ungern, meine Damen und Herren, aber unsere Zeit ist schon wieder um. Frau Krieger, Herr Imhof, Herr Vogler, vielen Dank. Bitte, gern geschehen. Das war Talk im Funk. Sie hören uns wieder in einer Woche, wie immer, bei Westradio 1. War's das schon? Frau Bäumler. Frau Bäumler. Einen Augenblick, meine Damen und Herren. Beenden Sie die Veranstaltung sofort. Wir haben ein Problem. Schicken Sie die Leute raus. Kann nicht mal jemand in Kabel? Herr Minister, wir haben eine Bomben-Drohung. Würden Sie mir bitte folgen? Kann ich bitte jetzt jemand mal in Kabel? Lassen Sie den Saal räumen! Bitte, meine Damen und Herren, verlassen Sie den Saal. Die Ausgänge sind geöffnet. Folgen Sie den Anweisungen der Feuerwehr. Herr Minister, lassen Sie uns gehen. Was ist das für eine Bomben-Drohung? Gibt es irgendwelche Erkenntnisse? Das schon, aber Sie führen uns nicht weiter. Warum nicht? Der Anruf kam aus einer öffentlichen Telefonzelle von einem Rasthaus bei Frankfurt-Oder. Wir haben einen Mitschnitt. Hier im Haus wird ja alles mitgeschnitten, was über die Zentrale läuft. Natürlich werden wir das Band auswerten. Ja, hoffentlich, ja. Viel erwarte ich mir nicht. Der Anruf kam kurz vor dem Ende der Sendung. Ich danke Ihnen. Herr Minister. Auch Ihren Kollegen. Herr Minister, wenn Sie erlauben, aber ernst nehmen. Und was heißt das? Das heißt, wir haben eine neue Lage. Und was heißt das? Das heißt, wir müssen ein neues Sicherheitsdispositiv erarbeiten. Gut, gut. Lassen Sie sich von meinem Büro einen Termin geben. Nein, jetzt. Ich möchte jetzt einen Termin für morgen. Morgen ist Samstag, starke. Nein, meine Frau hat mich bereits darauf hingewiesen. Also gut. Aber lassen Sie mich wenigstens ausschlafen. Kommen Sie zum Frühstück. Um zehn. Gerne. Hier ist ja Festbeleuchtung. Eine Big Party. Hallo. Tarnat. Hallo, Olli. Komm in. Ciao, Kleinschmidt. Ich rufe dich an. Bis spät dran. Wie war es in Polen? Ja, wie immer. Für die Arbeit. Hast du eine Waffe? Sag mal, spinnst du? Na, durchchecken muss ich dich trotzdem. Ja, na, mach schon. Okay. Oh, lass das, du Saar. Schau dir. Hey, komm, zieh besser eine Krawatte an. Sag mal, hat Färber eine Vollversammlung einberufen? Keine Ahnung. Ja, um was geht's denn? Die Geschäftsführung ist da und einige Herren, die mir nicht vorgestellt wurden. Färber hat sie selber empfangen. Ich durfte sie nicht mal durchsuchen. Hey, komm. Muss was ganz Wichtiges sein. Warte, ich melde dich an. Herr Tarnat ist eingetroffen. Schicken Sie ihn rein. Ich freue mich, dass Sie es noch geschafft haben. Bitte. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Meine Herren. Guten Abend. Grüß dich, Herr Tarnat. Meine Herren, das ist Herr Tarnat. Er ist zuständig für unser Auslandsgeschäft. Ich schlage vor, wir bringen die Tagesordnung zu Ende, bevor uns Herr Tarnat das Wichtigste von seiner Reise nach Warschau erzählt. Einverstanden? Wo waren wir, Frau Huber? Wir sind durch. Ja, sehr gut. Perfektes Timing. Jetzt sind Sie dran, Tarnat. Ich hoffe, Sie haben gute Nachrichten. Ja, danke. Das müssen Sie beurteilen. Wie Sie wissen, Frau Huber, meine Herren, war ich in Warschau, um den Probelauf unseres neuen Labors abzunehmen. Das Ergebnis entspricht zu 100 Prozent unserer Wartungen. Und das kann ich ohne zu übertreiben so sagen. Wir haben nicht nur den Herstellungsprozess auf den Stand von internationalen Spitzenlabors gebracht. Auch die neue Verpackungsmaschine erfüllt ihre Aufgabe hervorragend. In Zukunft werden die Pillen eingeschweißt das Labor verlassen, jeweils zehn Tabletten auf einer Folie. Sie kennen das. Unsere Pillen werden nicht anders verpackt sein als Aspirin. Ja, oder als Tumapurin. Wenn Sie gestatten, Herr Doktor Färber, ich habe eine Frage an Herrn Tarnat. Ja, bitte. Ich muss Ihnen nicht sagen, dass wir in unserem Geschäft auf Mundpropaganda angewiesen sind. Schließlich können wir keine Anzeigen schalten. Damit stellt sich die Frage nach der Qualität und der Qualitätskontrolle. Dazu haben Sie nichts gesagt, Herr Tarnat. Ja, Sie können davon ausgehen, dass unsere polnischen Mitarbeiter das genauso sehen wie Sie. Ja, und wie ich, das sind hochqualifizierte Chemiker, die nicht nur den Ehrgeiz haben, ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen, sondern sich auch der Risiken bewusst sind, wenn was schief geht. Nehmen Sie mir einfach ab, dass das Problem erkannt ist und dass es gelöst werden wird. Ich hoffe, Sie sind bereit, die Erklärung meines Mitarbeiters zu akzeptieren. Ich habe wohl keine andere Wahl. Ja, das sehe ich auch so. Frau Huber, meine Herr, ich hoffe, dass Ihnen dieses Treffen bewusst gemacht hat, wie sehr wir unter Zeitdruck stehen. In einer Woche sehen wir uns wieder. Es ist spät geworden. Meine Frau hat draußen auf der Trasse einen kleinen Mitternachtsnack vorbereitet. Ich werde gleich nachkommen. Herr Tarnat. Sie bleiben bitte noch einen Augenblick. Ja, gerne. Sie wissen, dass mir die politische Entwicklung zurzeit mehr Kopfzerbrechen bereitet als die Frage der Qualitätskontrolle. Das ist auch der Grund für das kurzfristig anberäumte Treffen hier bei mir. Immerhin ein Ergebnis haben wir. Ja. Der Auftritt Imhoffs heute Abend in der Radiosendung dürfte sein letzter als drogenpolitischer Sprecher der Partei gewesen sein. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Es ist Ihnen ja bekannt, dass ich schon lange an seiner Ablösung arbeite. Nach seinem Auftritt heute war es nicht schwer, den Generalsekretär der Partei zu überzeugen. Er hat einen faktischen Fehler gemacht. Er hat es uns leicht gemacht. Er hätte nie und nimmer andeuten dürfen, dass die Partei über die Entkriminalisierung des Drogenkonsums mit sich reden lassen wird. Damit weicht immer auf unsere Position auf. Ja, Sie sagen es. Wenn die Partei bereit ist, eine Unterschriftenaktion gegen Voglers Legalisierungspläne zu starten und wenn das funktionieren soll, muss unsere Position unmissverständlich sein. Wir sind gegen Drogen und gegen jede Aufweicherung der Drogenpolitik. Gibt es denn in Ihrer Partei genügend Leute, die bereit sind, sich auf die Straße zu stellen und Unterschriften zu sammeln? Natürlich nicht. Wir werden für jede gesammelte Unterschrift zahlen müssen. Das läuft über die Jobhörse. Das wird aber teuer. Über den Preis werde ich am Montag mit dem Generalsekretär der Partei sprechen. Aber Sie haben schon recht, es wird nicht billig werden. Ich muss Ihnen wohl kaum erklären, dass uns Voglers Legalisierungspläne, sollten Sie realisiert werden, sehr viel teurer zu stehen kommen werden. Aber Sie haben ja mit dem Ablauf und der Finanzierung der Unterschriftenkampagne nichts zu tun. Lassen Sie uns zu unserem eigentlichen Problem kommen. Dr. Max Vogler. Was haben Sie herausgefunden? Meinen Sie, ich würde hier so ruhig sitzen und Sie reden lassen, wenn ich etwas Neues herausgefunden hätte? Das ist jetzt die dritte systematische Überprüfung Voglers. Der Mann ist clean. Erschreckend clean. Keine Eheprobleme. Keine Geliebte? Vielleicht irgendwas mit einem Mann? Nein, nichts. Nada. Niente. Und Drogen? Der muss ja in jungen Jahren mit Drogen in Berührung gekommen sein. Ja, ist er ja auch. Also, da kann man doch ansetzen. Eben nicht. Der Mann ist geschickt. Schon vor Jahren hat er öffentlich von seinen Cannabiserfahrungen gesprochen und damit ist das Thema abgefeiert. Und was ist mit seinen Kindern? Nein. Die sind zu jung. Wir müssen Schluss machen. Ich will meine Gäste nicht warten lassen. Sie wissen, was ich von Ihnen erwarte? Egal was es ist, Sie werden immer meine Rückendeckung haben. Danke. Aber tun Sie etwas. Und zwar bald. Denk an den Fingersatz. Ja. Sehr gut. Und das Tempo, Alten. Max, wirst du Sanker das Band vorführen? Aber natürlich. Hältst du mich für hysterisch? Ich halte dich absolut nicht für hysterisch. Herr Stank ist eigentlich. Führen Sie ihn in mein Arbeitszimmer. Ich komme gleich. Ich komme mit rüber. Und du hüpfst weiter. Und schön an den Fingersatz denken. Guten Morgen, Herr Stank. Guten Morgen, gnädige Frau. Guten Morgen, Herr Minister. Morgen. Es tut mir leid, dass ich Ihren Mann am Wochenende beanspruchen muss. Es ist ja auch Ihr Wochenende. Ich habe im Arbeitszimmer meines Mannes decken lassen. Sie sind ungestört. Die Kinder sind im Aus. Da ist der Lernpegel immer etwas höher. Möchten Sie Kaffee oder Tee? Kaffee, bitte. Gerne. Ich lasse Sie jetzt alleine. Max, denk bitte daran, was du den Kindern versprochen hast. Ich denke dauernd dran. Setzen Sie sich und greifen Sie zu. Danke. Also zur Lage, um es mit Adenauer zu sagen. Die Lage ist ernst. Einen Augenblick. Bevor Sie loslegen, möchte ich Sie bitten, sich dieses Bond anzuhören. Meine Liebe, haben Sie schon in die Schulbote geschaut? Aber es macht Ihnen ja nichts Angst, wenn Sie Drogen nehmen. oder aber doch? Sagen Sie Ihren Mann, er soll sich das alles nur einmal genau überlegen. Wollen Sie es nochmal hören? Nein, nein, das genügt. Entschuldigen Sie, ich muss rasch telefonieren. Kommen Sie rein. Der Kaffee, Herr Minister. Danke. Stellen Sie ihn hier ab. Ah, guten Morgen. Ich muss Sie bitten, ins Amt zu kommen. Und bringen Sie Dr. Vorfelder vom Akustischen Labor mit. Ich habe hier ein Anrufbeantworterband. Das muss umgehend analysiert werden. Ja, ja, ich bringe das Tipp selbst. Bis später. Ich werde das Bond in unserem Labor untersuchen lassen. Wie alt ist Ihre Tochter? Also, die lassen Sie aus dem Spiel. Da liegen Sie völlig schief. Michelle ist zwölf, die andere ist zehn. Die rauchen nicht, die trinken nicht. Ich muss Sie das fragen. Aber stellen wir das erst einmal zurück. Nach der Laboruntersuchung können wir vielleicht etwas mehr sagen über das Profil des Anrufers. Viel wird es nicht sein. Er hat ja auch nicht viel gesagt. Es wird Sie nicht erstaunen, dass ich diesen Anruf außerordentlich ernst nehme. Nein, das erstaunt mich nicht. Sagen Sie, wie kann der Anrufer an Ihre Nummer gelangt sein? Vielleicht hat er ins Telefonbuch geschaut. Wollen Sie damit sagen, Ihre Nummer steht im Telefonbuch? Der wurde denn sonst. Also, ich habe zwei Töchter, die gehen zur Schule. Die spielen, die haben Freunde. Meine Frau ist Musiklehrerin. Die hat Schüler, die wollen Termine vereinbaren. Und sie hat Freunde, die sich mit ihr treffen wollen. Ich habe von Anfang an versucht, meiner Familie ein einigermaßen normales Leben zu ermöglichen. Deshalb sind wir auch nicht nach Berlin, sondern nach Brandenburg gezogen. Wäre Ihre Familie einverstanden, wenn wir Ihre private Leitung überwachen lassen, sagen wir, für einen Monat. Ihre Kinder sollten davon aber nichts wissen. Ich werde das mit meiner Frau besprechen. Ich denke, sie wird einverstanden sein und nun zu Ihrem Lagebericht. Zunächst zur politischen Lage. Ihnen ist klar, dass Sie sich auf eine gigantische außerparlamentarische Kampagne der Opposition gefasst machen müssen. Ja, das ist ja nichts Neues. Darauf sind wir vorbereitet. Es wäre nicht die erste Kampagne dieser Art. Mich interessiert eigentlich nur, wer das alles finanziert. Das ist doch der einzige Punkt, der für die Bundespolizei relevant ist. Alles andere geht uns nichts an. Und? Sagen wir mal so, treibende Kraft der Kampagne gegen Ihre Legalisierungspläne ist der Verband mittelständischer Chemieunternehmer. Der wiederum ist, wie Sie wissen, eng mit der Opposition verflochten. Der Verbandsvorsitzende, Dr. Ferber, ist Mitglied des Parteivorstandes. Ja, das ist mir alles bekannt. Was wollen Sie damit sagen? Nun, dieser Dr. Ferber war in einer Affäre verwickelt, die nie wirklich aufgeklärt wurde. Das liegt etwa 15 Jahre zurück. Damals wurden vom pakistanischen Zoll mehrere Fässer mit chemischen Substanzen zur Herstellung von Heroin beschlagnahmt, Absender, die Ferber AG. Ferbers Anwälte konnten jedoch anhand der Frachtpapiere nachweisen, dass die beschlagnahmten Substanzen als Ausgangsprodukte zur Herstellung von Plastikstoffen angefordert und geliefert worden waren. Unsere Mittelsmänner waren zwar überzeugt davon, dass die Fässer für Heroinlabors in Afghanistan bestimmt waren, beweisen. Konnten Sie es aber nicht. Das Verfahren wurde eingestellt. Und weiter? Nun, seit dieser Affäre hat sich Ferber als engagierter Kämpfer gegen den Drogenmissbrauch profiliert. Die Ferber AG hat sogar freiwillig auf die Lieferung chemischer Substanzen, die zur Herstellung von Heroin geeignet sind, verzichtet. Ist ja nichts Neues. Verboten ist es auch nicht. Richtig. Aber es wäre eine gute Tarnung, falls Ferber weiterhin illegale Geschäfte betreibt. Falls. Haben Sie irgendwelche konkreten Anhaltspunkte? Nein, die haben wir nicht. Also vergessen wir das. Sie können es fürs Erste vergessen. Wir werden dranbleiben. Ich habe Sie auch nicht deshalb um dieses Gespräch gebeten. Mich und meine Mitarbeiter beschäftigt Ihre persönliche Sicherheit. Dafür sind wir verantwortlich. Wir können die steigende Zahl der Drohungen gegen Ihre Person nicht einfach ignorieren. Mit anderen Worten, Sie wollen meinen privaten Bewegungsspielraum noch mehr einschränken. Sie sind nun mal nicht nur Privatmann, sondern auch Inhaber eines Staatsamtes. Ich gebe ja zu, dass auch ich mir langsam die Frage stelle, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der politischen Kampagne gegen die Legalisierungspläne der Bundesregierung und den Drohungen, die sich gegen meine Person richten. Genau das ist die Frage. Aber selbst wenn es so wäre, das macht ja keinen Sinn. Selbst wenn es irgendwelchen dunklen Kräften gelingen sollte, mich auszuschalten, Sie werden die staatlich kontrollierte Legalisierung von Drogen nicht verhindern können. Höchstens aufschieben. Das ist der Punkt. Aufschieben, verzögern, das rechnet sich. Die Drogenbehörde der Vereinten Nationen veranschlagt den jährlichen Umsatz des internationalen Drogenhandels auf 400 Milliarden Dollar. Jährlich. Die Manager der Drogensyndikate wissen genau, dass ihre goldenen Jahre vorüber sind. Doch bis es soweit ist, werden sie alles tun, ihre Investitionen zu amortisieren. Jeder Tag, jede Woche, jeder Monat, jedes Jahr, in dem alles so bleibt, wie es ist, wäre ein höchst profitabler Zeitgewinn. Das ist absurd anzunehmen, dass da irgendwo ein Big Brother sitzt, der alle Fäden zieht und die Ausschaltung eines deutschen Innenministers anordnet, um die Profite des internationalen Drogenhandels zu sichern. Das nimmt doch niemand an. Es genügt bereits, wenn Sie mit Ihren Legalisierungsplänen die illegalen Geschäfte eines einzigen einheimischen Unternehmens stören. Auch hier sind enorme Profite gefährdet. Auch hier drohen große Verluste, wenn Sie sich durchsetzen mit Ihrem Legalisierungskonzept. Also, was schlagen Sie vor? Sie werden am Dienstag nach Bogotá fliegen, richtig? Richtig. Papa, es ist Zeit. Ja, ich weiß. Das ist Michelle, meine Tochter. Na, sag ganz danke. Guten Tag. Guten Tag. Wie kommt es so spät, Papa? Zehn Minuten noch. Ist Madeleine denn schon fertig? Sie sitzt seit einer halben Stunde im Auto. Ja, also nur noch zehn Minuten. Versprochen. Na gut. Ich fasse mich kurz. Wenn ich bitten darf. Nach Ihrer Rückkehr aus Bogotá werden wir die Zahl der Beamten zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz Ihrer Familie erhöhen. Ferner planen wir eine neuerliche Überprüfung Ihrer Mitarbeiter. Es muss in Ihrem Ministerium eine undichte Stelle geben. Imhoff hat in der Radiotalkshow Andeutungen gemacht, die darauf schließen lassen, dass er über Insider-Informationen verfügt. Ist mir allerdings auch aufgefallen. Wir werden einen Köder auslegen. Dabei brauchen wir aber Ihre Hilfe. Wie wäre es, wenn Sie vor Ihrem Abflug nach Bogotá in unserer Dienststelle vorbeikommen würden? Wäre das möglich? Entschuldigen Sie die Störung. Du störst überhaupt nicht. Danke. Die Kinder sind unruhig. Enttäusche Sie nicht. Sie haben sich so auf den Film gefreut. Also ich werde kommen. Wir sind hier fertig. Haben Sie vor, ins Kino zu gehen? Ja. Das habe ich meinen Töchtern versprochen. Ich halte das für keine gute Idee. Also jetzt machen Sie mal halblang. Wir fahren in einer gepanzerten Limousine mit einem Begleitfahrzeug vorne und einem hinten. Ich habe fünf Sicherheitsbeamte um mich. Das sollte wirklich Sicherheit genug sein. Wie heißt das Kino? Cinemax. Und der Film? Ja, weiß ich nicht. Irgendeine amerikanische Love Story. Gut, ich werde ein paar Leute hinschicken. Hoffentlich gefällt denen der Film. Na, es muss sein. Ich werde so schnell wie möglich draußen sein. Sie können sich drauf verlassen. Da ist jetzt Herr Ginze. Ja, ja. Also bis gleich. Guten Morgen, Herr Ginze. Guten Morgen, Herr Frau. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Und Frau Huber? Ja? Sagen Sie bitte Ihrem Mann. Er möchte sich bereithalten. Wir nehmen den Mercedes. Ist in Ordnung. Herr Ginze, ich habe nur wenig Zeit. Wir haben ein Leck an einem Säuretank in unserem Potsdamer Zweigwerk. Man erwartet mich. Lassen Sie es uns kurz machen. Gerne. Ich habe Ihre Projektbeschreibung gelesen und auch unseren Juristen vorgelegt. Um das Ergebnis gleich vorwegzunehmen, wir sind bereit, die Kampagne zu finanzieren. Der Vorstand des Verbandes hat allerdings einige Einwände, über die Sie nachdenken sollten. Nach Imhoffs Abgang, den ich für eine beschlossene Sache halte, oder irre ich mich? Nein, nein. Sie irren sich nicht. Gut. Nach Imhoffs Abgang wird die Kampagne auch Ihren Slogan ändern müssen. Ich teile Ihre Einwände gegen den Slogan nicht. Lassen Sie uns keine Zeit verlieren. Der Verband mittelständischer Chemieunternehmer wird keine Kampagne finanzieren, die unter diesem lächerlichen Slogan läuft. Das ist nicht verhandelbar. Legalisierung nie und nimmer. Aber das trifft doch den Kern der Sache. Das ist eine total veraltete Sprache, die bei niemandem etwas auslöst und bei Jugendlichen schon gar nicht. Der Slogan ist ganz einfach nicht kommunizierbar. In den 90er Jahren gab es schon mal so eine Kampagne, aber daran werden Sie sich nicht erinnern. Doch, doch. Keine Macht in Drogen. Ich erinnere mich sehr genau. Ja, und? Erinnern Sie sich auch noch daran, was die Jugendlichen daraus gemacht haben? Keine Macht in Doofen. Keine Nacht ohne Drogen. Und ähnliche Sprüche. Ja, aber das waren doch nur einige wenige. Also lassen Sie sich einen neuen Slogan einfallen? Möglichst nüchtern. Die Idee, vor der Unterschriftensammlung eine Briefaktion zu starten, ist gut. Im Übrigen erwarten wir, dass, wo immer die Unterschriftenliste ausgelegt ist, mindestens ein Vertreter der Partei anwesend ist. Die Flugblatt-Verteiler stellen wir. Wir übernehmen die Druck- und Portokosten für die Briefaktion und die Kosten für die Ausstattung der Stände. Auch Zeitungsanzeigen sind wir bereit zu übernehmen. Über deren Gestaltung müssen wir noch reden. Was wir nicht übernehmen, ist die Anschaffung von Kleinbussen. Aber gerade das ist doch ein wichtiger Punkt. Warum sprechen Sie die Industrie nicht direkt an? Bei der autofreundlichen Politik unserer Partei dürften wir wohl ein gewisses Entgegenkommen erwarten. Versuchen Sie es wenigstens. Das wäre es in Kürze. Wie gesagt, ich muss los. Machen Sie Druck auf den Parteivorstand. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich weiß. Aber solange die Regierung ihre Karten nicht auf den Tisch schlägt, können wir unsere Kampagne wohl kaum beginnen. Das ist ja Voglers Trick. Er will uns in Sicherheit wiegen, indem er so tut, als sei das Thema nicht spruchreif. Deshalb müssen wir vorbereitet sein, um sofort loslegen zu können. Ich muss jetzt wirklich ins Werk. Frau Huber? Ja? Ist der Wagen bereit? Mein Mann erwartet Sie an der Auffahrt. Danke. Bitte setzen Sie sich. Danke. Ich danke Ihnen, dass Sie sich hierher bemüht haben. Darf ich Sie mit Herrn Beck bekannt machen? Danke. Angenehm. Herr Beck. Er ist unser Spezialist für kleine Tricks. Und Kollegen wird er auch der Fallensteller genannt. Herr Minister Vogler, kennen Sie ja... Herr Beck, wenn Sie noch für einen kurzen Augenblick im Vorzimmer warten... Sehr selbstverständlich. Herr Minister, lassen Sie uns... Ich heiße Vogler. Was ich vorschlage, Herr Vogler, lassen Sie uns offen und ungeschminkt reden. Ja, aber ich bitte darum... Voraussetzung für das, was wir vorhaben. Einverstanden. Sie werden Ihre Hinhaltetaktik nicht mehr lange durchhalten können. Und Sie wissen das auch. Deshalb gehe ich davon aus, dass Sie vorhaben, nach Ihrer Rückkehr aus Bogota, das Gesetz zur staatlich kontrollierten Legalisierung von Drogen einzubringen. Ist das so? Ja, das ist genau das, was ich vorhabe. Gut. Sie werden also unmittelbar nach Ihrer Rückkehr vor die Bundespressekonferenz treten und den Gesetzesentwurf erneutern? Genau das werde ich tun. Dann spielt es auch keine Rolle mehr, wenn die Öffentlichkeit bereits kurz vor Ihrer Pressekonferenz von Ihren Plänen erfährt? Tja, was die Medienwirkung betrifft schon. Was die Sache betrifft, haben Sie recht. Gut. Ich werde jetzt Herrn Beck hinzuziehen. Er wird Ihnen erklären, was wir vorhaben. Herr Beck, bitte. Ja, bitte, legen Sie los. Ja, also, äh, geplant, Herr Minister, ist die Überprüfung Ihrer engsten Umgebung. Davon wissen nur Sie, Kriminaldirektor Sternke und ich. Sie werden mit meiner Hilfe vor dem Abflug nach Bogotá Ihren engsten Mitarbeitern eine streng vertrauliche Dienstanweisung zukommen lassen, in der Sie bekannt geben, dass der Countdown läuft und nach Ihrer Rückkehr das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet wird. Zweck Ihrer Dienstanweisung ist, den jeweiligen Mitarbeiter mit bestimmten Arbeitsaufträgen zu betrauen. Äh, da müssen Sie sich was einfallen. Das dürfte nicht allzu schwierig sein. Wunderbar. Äh, wie Sie wissen, gehen wir davon aus, dass es in Ihrem Umfeld einen Informanten gibt. Wir hoffen, dass er sein Wissen an die Medien weitergibt und zwar so, dass wir ihn überführen können. Er gehört dann alles zum Kreis der Verdächtigen. Überprüft wird Ihr persönlicher Referent, Herr Oberfelder, Ihr Pressesprecher, Herr Zender, Ihr Sicherheitsbeauftragter, Herr Melchthal, Ihr Unterstaatssekretär, Herr Bergson und der Leiter der Stabsabteilung Drogen, Herr Jahnke. Die Briefe werden von uns geschrieben. Ihre Sekretärin weiß also von nichts. Sie lassen wir aus dem Spiel. Ihre Überprüfung erfolgt auf anderem Wege. Ich hab noch nicht verstanden, wozu der ganze Aufwand gut sein soll. Wenn etwas nach draußen geht, haben wir immer noch fünf Verdächtige. Genau genommen sechs, wenn man meine Sekretärin in den Kreis der Verdächtigen einbezieht. Sollte etwas nach draußen an die Medien gehen, dann hoffen wir, dass die aus dem vertraulichen Brief zitieren. Noch besser wäre ein facsimilierter Ausriss. Jede Ihrer vertraulichen Anweisungen ist, von den speziellen Arbeitsaufträgen einmal abgesehen, inhaltlich deckungsgleich, sprachlich, jedoch leicht variiert. Ja, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sehr nett, ja. Sie schreiben, ich habe vor, das Gesetz einzubringen, wenn die Verbraucherländer der Legalisierung zustimmen. Diesen Satz kann man variieren. Anstatt, wenn die Verbraucherländer, schreiben Sie, falls die Verbraucherländer oder vorausgesetzt die Verbraucherländer stimmen zu. Genial. Ja, ein anderes Beispiel. Sie kündigen an, welche Schritte Sie in welcher Reihenfolge einleiten wollen. Also, erstens, zweitens, drittens. Ja, genau. In einem Brief ausgeschrieben, im anderen in arabischen und im dritten in römischen Zahlen. Mal mit Punkt, mal ohne Punkt, hinter den Zahlen und so weiter und so fort. Das habe ich verstanden. Danke. Schön. Also mit weiteren kriminaltechnischen Details will ich Sie nicht langweilen. Das ist sehr lebenswürdig für mich. Das Ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn Ihre Mitarbeiter das jeweilige Dokument streng vertraulich behandeln. Sollten Sie sich über den Inhalt austauschen oder sollten Sie gar die Dokumente austauschen, dann haben wir allerdings Pech gehabt. Ja, das wäre dann wohl ein klassischer Fall von Konspiration. Davon gehen wir nicht aus. Tarnat hier. Sorry für den späten Anruf, aber ich denke, Sie sollten wissen, dass ich in Zürich bin. Seit zwei Tagen schon. Warum ich anrufe? Haben Sie die Nachrichten gehört? Dann werfen Sie mal den Fernseher an. Gleich kommen die Themen des Tages. Ja, ich werde in einer Woche zurück sein. Dem Grand Hotel Dolda. Besser, Sie rufen mich nicht an. Ich melde mich, wenn ich zurück bin. Bis dann. Heute Abend kam es zu einem Zwischenfall auf der Berliner Stadtautobahn Richtung Tegel. Die Fahrzeugkolonne von Bundesinnenminister Vogler wurde von einer Brücke mit Farbe beworfen. Dabei wurde eines der Begleitfahrzeuge getroffen und schleuderte gegen die Leitplanke. Der Fahrer, ein Hauptkommissar der Bundespolizei, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie es heißt, ist sein Zustand labil. Naja. Das Fahrzeug des Innenministers blieb unbeschädigt. Scheiße. Vogler setzte wenige Minuten nach dem Zwischenfall die Fahrt Richtung Flughafen fort. Mit einer Maschine der Bundeswehr ist er auf dem Weg nach Bogotá, wo er an der Weltdrogenkonferenz teilnimmt. Wir schalten jetzt zu Bodo Zeuner, der sich am Unfallort befindet. Guten Abend, Herr Zeuner. Guten Abend, Frau Müller-Stange. Gibt es schon Hinweise auf die Täter und deren Motive? Was zunächst wie ein Bubenstreich mit schwerwiegenden Folgen aussah, könnte nach jüngsten Erkenntnissen einen politischen Hintergrund haben. Beamte der Bundespolizei haben nämlich in einem Papierkorb am Geländer der Brücke ein Bekennerschreiben gefunden. Über die Verfasser und den Inhalt des Schreibens hüllt die Polizei sich in Schweigen. Nicht bestätigt wurde, dass es sich um ein Schreiben der kaukasischen Befreiungsfront handelt. Ja, und was weiß, beziehungsweise vermutet man über die Motive? Ich möchte da nicht spekulieren. Sicher ist, dass die Polizei den Zwischenfall als äußerst ernst einstuft. Denn egal, was die Täter vorhatten, die Tatausführung war präzise und zielgenau, wie ein Sprecher der Bundespolizei erklärte. Und das gibt zu denken. Denn das ist nur möglich, wenn man über genaue Informationen verfügt... Ja, das wollte ich gerade ansprechen. Die Täter mussten ja die Fahrtroute kennen und auch die Zeit, an der die Kolonne, die Brücke passiert. Das sind, Frau Müller-Stange, genau die Fragen, die wir uns hier alle stellen. Gibt es eine Stellungnahme, Voglers? Nein. Der Minister hat den Unfallort bereits nach wenigen Minuten verlassen. Vielen Dank, Herr Zeuner. So viel aus Berlin. Wir werden Sie über die weitere Entwicklung in unserer Spätausgabe nach dem Spielfilm informieren. Ich habe den Spiegel auf Leitung 2. Die rufen schon zum dritten Mal an. Sie wollen ein Interview. Pressekonferenz um 11 Uhr. Das gilt für alle. Ich habe hier auch schon einen Haufen Anfragen. Darüber sprechen wir gleich. Bringen Sie mich erst mal auf den Stand der Ermittlungen. Gibt es Zeugen? Haben wir Laboranalysen? Wie ist der Zustand des Fahrers? Hat Vogler sich gemeldet? Wer ist überhaupt unser Ansprechpartner im Ministerium? Die Laboranalysen werden gerade ausgedruckt. Einen Zeugen soll es geben, der hat sich jedoch unerkannt von Tatort entfernt. Einer von Voglers Fahrern hat ihn beobachtet. Was veranlasst Sie, von einem Zeugen zu sprechen und nicht von einem mutmaßlichen Täter? Das ist eher unwahrscheinlich. Der Mann hat mindestens drei Minuten auf der Brücke gestanden und den Bergungsarbeiten in aller Ruhe zugeschaut. Dann hat er sich auf einem Fahrrad entfernt. Die Fahndung läuft. Der Zustand des Fahrers ist unverändert ernst. Die Ärzte sind jedoch optimistisch. Ansprechpartner im Ministerium ist Voglers persönlicher Referent. Sowie Ministerialrat Melchthal. Der ist für Sicherheitsfragen zuständig. Verbinden Sie mich mit Herrn Melchthal im Innenministerium weiter. Die Analyse des Bekennerschreibens erweist sich als schwierig. Die Kollegen haben große Probleme damit. Das habe ich mir gleich gedacht. Das mit der kaukasischen Befreiungsfront ist eine Irreführung. Die haben noch nie mit Farbeiern gedroht. Und als Drohung ist das Ganze ja wohl angelegt. Sonst hätten die gleichen Steinbrocken von der Brücke geworfen. Herr Melchthal auf der Eins. Guten Morgen, Herr Melchthal. Wir sind erst am Anfang. Tut mir leid, aber unsere Analytiker sind sehr sorgfältig und das ist doch gut so. Sie werden der Erste sein. Wenn wir greifbare Ergebnisse haben, haben Sie den Minister erreicht. Das ist merkwürdig. Versuchen Sie es weiter. Er ist schließlich auch ein Zeuge. Vogler hat sich noch nicht gemeldet. Wo waren wir? Bei den möglichen Motiven der Kaukasien. Genau. Die haben natürlich gute Gründe gegen die Legalisierung von Drogen zu sein. Aber die haben andere auch. Ohne Drogenhandel hätten auch andere Gruppenschwierigkeiten, ihre Waffenarsenale aufzustocken. Nein, 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 nein. Das ist mir alles zu dünn. Die meisten der Anfragen, die mir hier vorliegen, beziehen sich auf die kaukasische Befreiungsfront. Sollen wir das dementieren? Auf keinen Fall. Wir halten das noch etwas in der Schwebe. Ich werde jetzt die Laboranalysen studieren und die eingegangenen Berichte lesen. Wir treffen uns kurz vor elf in meinem Büro. Guten Morgen. Oder besser guten Tag. Guten Tag. Kriminaldirektor Stahnke wird den Stand der Ermittlungen kurz darstellen. Dann wird er Ihre Fragen beantworten. Meine Damen, meine Herren, es ist in der Tat wenig, was hier zu diesem Zeitpunkt ist. Auf die Fahrzeugkolonne von Innenminister Vogler wurden am gestrigen Abend von einer Brücke der Stadtautobahn mehrere Farbbeutel geworfen. Ja, ich verzichte auf Details, was Zeit und Ort betrifft. Die können Sie unserer Presse... Eines der Fahrzeuge wurde getroffen, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und kam an einer Böschung zum Stillstand. Der Fahrer, ein Beamter der Bundespolizei, wurde schwer verletzt. Er wurde in die Charité eingeliefert. Sein Zustand gilt als labil. Und was ist mit dem Innenminister? Ja, Innenminister Vogler wurde nicht verletzt. Auch keiner seiner Begleiter. Der Innenminister hat die Fahrt zum Flughafen bereits nach wenigen Minuten fortgesetzt. Beamte der Spurensicherung fanden ein Bekennerschreiben, das zur Zeit noch ausgewertet wird. Das, meine Damen und Herren, ist der Stand der Dinge. Ja, aber weiß ja nicht mehr davon. Ich bitte Sie, meine Herrschaften! Frau Mager, bitte. Können Sie bestätigen, dass die kaukasische Befreiungsfront das Bekennerschreiben verfasst hat? Aus ermittlungstechnischen Gründen kann ich mich zur Zeit weder zum Inhalt noch zu den Verfassern des Schreibens äußern. Wann ist die Zeit gekommen? Ja, wann wir Ergebnisse haben, die wir für zuverlässig halten. Bitte, Herr Hattchen, könnte die kaukasische Befreiungsfront nach Ihrer Auffassung ein Motiv für einen Anschlag auf den Innenminister haben? Ich bin nicht hier, um zu spekulieren. Welche Darstellung des Zwischenfalls gibt denn der Minister? Wir hatten leider noch keine Gelegenheit, den Minister zu befragen. Finden Sie es nicht merkwürdig, dass der Minister den Unfallort sofort verlassen hat? Keineswegs. Es ist die Aufgabe unserer Beamten, eine gefährdete Person umgehend vom Tatort wegzubringen. Das ist geschehen. Und wo hält sich der Minister jetzt auf? Es sollte Ihnen bekannt sein, dass der Minister an einer Drogenkonferenz in Kolumbien teilnimmt. Im Übrigen bitte ich Sie, Fragen, die den Minister betreffen, an die Pressestelle des Innenministeriums zu richten. Weitere Fragen bitte? Stimmt es, dass der Farbe eine Säure beigemischt hat? Das kann ich mit Sicherheit ausschließen. Die Täter haben eine handelsübliche rote Ölfarbe benutzt. Das hat unsere Laboranalyse ergeben. Auch die Luftballons, in welche die Farbe abgefüllt wurde, sind auf jedem Jahrmarkt zu erwerben. Um wie viele Wurfgeschosse handelt es sich? Wir gehen von sechs mit roter Ölfarbe gefüllten Wurfgeschossen aus. Alle sind beim Aufprall geplatzt. Zwei haben das verunfallte Fahrzeug getroffen. Aus wie vielen Fahrzeugen bestand die Kolonne? Aus drei. Und in welchem Fahrzeug befand sich der Minister? Darüber kann ich keine Angaben machen. Jedenfalls nicht in dem, das getroffen wurde. Befindet sich die zu schützende Person nicht gewöhnlich in der Mitte des Konvois? Kein Kommentar. Letztes Prager! Herr Bischof, bitte. Neue Züricher Zeitung. Geht Ihre Lageanalyse von einem Zusammenhang zwischen den drogenpolitischen Plänen der Bundesregierung und dem Zwischenfall auf der Stadtautobahn aus? Kein Kommentar. Auszuschließen ist er jedenfalls nicht. Ich habe ein laues Gefühl wegen der Terroristengeschichte. Machen Sie sich mal keine Sorgen, deswegen hat Vogler sich gemeldet. Nein, aber die Flugbereitschaft der Luftwaffe hat angerufen. Voglers Maschine wird am Freitag gegen 10 Uhr zurückerwartet. Und dann will Herr Melchthal vom Innenministerium die Fahrtroute vom Flughafen zum Ministerium wissen. Sagen Sie ihm, dass Herr Vogler nach Schönefeld umleiten. Die genaue Route sei noch nicht ausgearbeitet. Morgen, meine Herren. Morgen, Herr Melchthal. Morgen, Herr Stanke. Morgen. Wenn ich Sie wohl jetzt gewöhnen müssen. Ich fürchte ja. Nehmen Sie Wagen 3. Ich fahre mit dem Minister. Glückwunsch. Ich habe die Agentur-Meldungen gelesen. Sie haben sich offenbar auf ganzer Linie durchgesetzt. Das Außenministerium wird es nicht ganz so euphorisch sehen. Die Amerikaner sind sauer. Jetzt können sie ihren Drogenkrieg alleine führen. Und Frankreich? Frankreich beugt sich der Ratsmeer ein. Begeistert sind die nicht, aber sie ziehen mit. Was sind Ihre Pläne für die nächsten Stunden? Ich werde im Ministerium mit meinen Leuten die Pressekonferenz am Montag vorbereiten. Einer unserer Beamten erwartet Sie im Ministerium. Wir müssen noch Ihre Aussage zu dem Zwischenfall auf der Stadtautobahn protokollieren. Hier ist eine Zusammenfassung des aktuellen Ermittlungsstandes. Melchthal hat mir von einem Bekennerschreiben der kaukasischen Befreiungsfront berichtet. Ist da was dran? Nach meiner Überzeugung nein. Aber wir haben uns öffentlich noch nicht festgelegt. Weder bestätigt noch dementiert. Sehr gut. Und was ist mit dem Köder, den Sie ausgelegt haben? Da müssen wir noch etwas Geduld haben. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung im Spiegel. Wenn überhaupt. Die haben erst heute Abend Redaktionsschloss. Sie halten mich auf dem Laufen. Stahnke hier. Guten Morgen, Herr Vogler. Ich hoffe, ich habe Sie nicht geweckt. Oh ja, ich kenne das Gefühl. Das ist der Jetlag. Ich möchte Sie nur darüber informieren, dass der Spiegel die Geschichte bringt. Offenbar groß aufgemacht, wie unser Hamburger Kontaktmann sagt. Nein, den Text habe ich noch nicht gesehen. Wir werden ihn aber noch heute Nacht übermittelt bekommen. Ich habe nur so viel mitbekommen, dass der Artikel sich auf Informationen aus dem Innenministerium beruft. Und dass er wörtliche Zitate enthält. Ich werde jetzt unsere Spezialisten zusammentrommeln. Dann fahre ich in die Zentrale und warte auf die Kopie des Andrucks. Soll ich kommen? Das halte ich nicht für nötig. Es gibt hier für Sie im Augenblick nichts zu tun. Bleiben Sie zu Hause und versuchen Sie etwas Schlaf zu finden. Ich melde mich. Also, dann bis bald. Frau Melchthal, der Vogler hier. Habe ich Sie geweckt. Das tut mir leid. Könnte ich bitte Ihren Mann sprechen? Melchthal, ja, Entschuldigung. Es ist spät. Ich weiß. Ich muss morgen früh, ich meine natürlich heute früh in Berlin sein. Machen Sie das bitte mit der Fahrbereitschaft, klar. Ja, richtig, ja. Es reicht, wenn der Wagen ab 6 Uhr bereitsteht. Danke. Ja, wiederhören. Daran kann kein Zweifel bestehen. Das Dokument, auf das die Spiegelgeschichte sich stützt, ist Melchthal zuzuordnen. Was noch nicht heißt, dass Melchthal auch der Informant ist... Das ist im Augenblick auch unwichtig. In der Abteilung Sicherheit beim Innenministerium gibt es ein Leck. Darauf müssen wir uns einstellen. Verbinden Sie mich mit Vogler. Ja. Wir werden die Bundesanwaltschaft einschalten müssen. Wie lange dauert es noch, bis Ihr Bericht schriftlich vorliegt? Er wird gerade geschrieben. Ich erreiche Vogler nicht. Haben Sie sie auf beiden Leitungen versucht? Ja, habe ich. Versuchen Sie es nochmal. Als nächstes müssen wir das Original von Melchthals Dienstanweisung sicherstellen. Das kann nur die Bundesanwaltschaft anordnen. Und? Immer noch keine Antwort? Nein. Scheiße! Haben Sie nicht etwas von einem Privatanschluss im Hause Vogler erzählt? Richtig, versuchen wir es. Hallo? Kippa? Kippa? Ach, er ist Danke. Nein. Mein Mann ist nicht hier. Er ist auf dem Weg nach Berlin. Keine Ahnung. Aber ich glaube nicht. Wie viel Uhr ist das jetzt? Vor einer Stunde vielleicht. Er war die ganze Nacht auf den Beinen. Er konnte nicht schlafen. Ja, er hat mit Melchthal telefoniert. Ja, er hat sein Handy dabei. Jedenfalls liegt es nicht auf dem Schreibtisch. Ich darf die Nummer nicht rausgeben. Bitte. Also gut. Warten Sie einen Augenblick. Achtung, Objekt in Sicht. Verstanden. Ich zähle. Verstanden. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, sieben. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, eins, sieben, sechs, eins, sieben, sechs. Auf Crashkurs von Günther Ahmend. Die Rollen und ihre Darsteller. Max Vogler, Hans-Peter Halwax. Arlette Vogler, Brigitte Grothum. Dr. Karl Ferber, Winfried Glatzeder. Huber, Udo Groschwald. Oliver Tarnert, Christoph Quest. Werner Stahnke, Sebastian Weich. In weiteren Rollen. Gilles Böttcher, Görte Freund, Peter Schlesinger, Frank-Lorenz Engel, Natascha Zislak, Michael O. Rüdiger, Antonia Hohlfelder, Michael Evers, Fritz Hammer, Andreas Mannkopf, Zvea Thiemander, Joachim Kaps, Simone Frost und Eva Manschott. Technische Realisation, Jonas Bergler. Musik, Thomas Taliesin-Weber. Regieassistenz, Katrin Martin. Regie, Klaus Wirbicki.